schwert geflüster der hemer podcast mit alexander für gut und michael sprenger liebe hörer wir haben bekanntlich schon die ein oder andere schwert geflüster folge gemacht dementsprechend das macht es auf dauer nicht einfacher die neuen themen zu finden weil wir schätzen oft dran und denken uns aber das nicht schon gemacht war das in der folge wie ausführlich haben wir das gemacht können wir das noch mal und manchmal fällt es uns aber wie pauk brillen von den augen da finden wir ein thema wo wir sagen da haben wir noch nichts dazu gemacht das ist total relevant jetzt ist zeit dafür und so auch heute denn in folge 155 wollen wir über das fechten mit wenig beziehungsweise keiner schutzausrüstung reden nämlich das no gear fencing beziehungsweise low gear fencing zu englisch und deshalb ist der titel dieser folge auch no gear low gear worum geht es ja fechten mit wenig ausrüstung aber dafür mit mir und dem michael hallo michael hallo alexander ja worum geht es wenn wir von wenig ausrüstung reden müssen wir das ein bisschen abgrenzen zu dem worüber wir sonst meistens reden nämlich das fechten mit einem sagen wir mal vollen oder beinahe vollen satz ausrüstung was ist da denn mit denn gemeint dazu am besten unsere episoden wo jetzt die nummerung gucken also auf jeden fall war es eine der ersten ich glaube die zweite damit direkt über schutzausrüstung geredet und dann haben wir noch mal ein revival dieser folge gemacht vier jahre später da ist dann nochmal im detail erklärt worum es hier geht aber auf die schnelle auf jeden fall eine maske ein halsschutz ein hinterkopfschutz eine fechtjacke ellenbogen unterarm handprotektoren also handschuhe und eine fechthose und tiefschutz und knie und schienbein schon im allgemeinen wenn man das volle programm nutzen möchte genau das ist in der regel auch das was man für wettkämpfe braucht da gibt es dann auch unterschiede manche wollen beim ein bisschen mehr sehen als beim anderen beim eingel 350 newton für die jacken und hose beim anderen 800 das sind dann aber feinheiten im grunde ist das aber ein volles set was man in der regel für quasi alle waffen hat wenn man irgendwo zum wettkampf fährt im hemer und dann ist ja immer die frage okay je nachdem was ich machen möchte es gibt immer situationen wo man diese ausrüstung nicht hat oder nicht nutzen möchte beziehungsweise es gibt auch leute die sagen das ist generell nichts mit so viel ausrüstung zu fechten denn das ist nicht die wahre kunst ist tatsächlich eines der argumente meiner meinung nach nicht unbedingt das beste aber darum aber das lauteste ja es ist tatsächlich das lauteste aber darüber wird heute zu reden sein und da gibt es ebenso zwei modis die man unterscheiden muss das eine ist komplett ohne schutzausrüstung zu fechten oder sagen wir wirklich nur zum beispiel eine schutzbrille für die augen aber sonst mit nix da gibt es zum beispiel diese paukbrillen die ich im intro genannt habe bekommen eigentlich aus dem studentischen fechten aus der mensur das ist quasi einfach eine stahlbrille mit nasenschutz dran der mit dem däderband um den kopf schnallt soll einfach nur dafür sorgen dass man sich nicht ausversehen die augen aussticht beim pauken ist natürlich auch relevant für die waffen scharf sind wir reden aber hier in dieser folge ausdrücklich nur über das fechten mit stumpfen waffen scharfe schwerter fechten wäre dann noch mal ein eigenes thema das machen vielleicht wann anders zumal ich persönlich auch nicht so die expertise habe im fechten mit scharfen schwertern also ich habe zwar mal tatamis und na hier so pappkartons tetrapacks mit wasser gefüllte tetrapacks mit dem scharfen schwert zerschnitten aber noch nicht zweikampftechniken geübt mit einem partner und einem scharfen schwert ja genau also das wäre so dass der no gear ansatz also gear auf englisch ist quasi ausrüstung schutzausrüstung ist damit gemeint man kann sich streiten diese begriffe sind jetzt nicht so super klar voneinander getrennt aber man man meint schon wirklich sehr sehr wenig dann gibt es noch die variante logier damit meinen leute normalerweise so was wie in der fechtmaske handschuhe vielleicht auch ein bisschen leichtere handschuhe gegebenenfalls noch so was wie ein hinterkopfschutz oder maskenüberzug oder halsschutz aber jetzt auch nicht viel mehr also da geht es explizit auch darum dass man gerade keine fechtärke zum beispiel trägt und auch sonst generell sehr wenig gepolstert ist beziehungsweise mit der harte protektoren über irgendwelchen körperteilen hat genau jetzt die frage warum sollte man das denn überhaupt machen also ich meine im wettkampf sind wir ja sowieso gerüstet und nach dem motto train is you fight warum sollte man denn überhaupt schutzausrüstung weglassen ja du hast ja jetzt schon das argument an angebracht dass das ja nicht die true art ist kannst du das noch mal ein bisschen ausführlicher erklären was denn damit gemeint ist und welche argumente da somit einhergehen also das argument was ich kenne ist dass natürlich in den fechtbüchern wie es beschrieben ist bloß fechten beschrieben ist das halt ohne ausrüstung also man hat jetzt keine kein harnisch an keine kein helm keine brustplatten also nichts keine keine handschuhe nichts was einen irgendwie vor hiebschlag hiebstich oder schnitt geschützt hat und dementsprechend ist das argument dass man ja die techniken wie sie in den fechtbüchern beschrieben sind auch nur dann zur gänze nachvollziehen könnte wenn man keine schutzausrüstung verwendet und natürlich auch diesen ich sag mal diesen thrill dabei hat wenn du keine schutzausrüstung hast bist du ja deutlich vorsichtiger so das argument seist du deutlich vorsichtiger und würdest mehr auf eigenschutz achten also thrill meinst du jetzt nicht im sinne von dass man dann den harten adrenalin rausch hat und so wie beim fallschirm springen sondern dass es das fechten sozusagen realistischer machen würde weil man sich mehr vor der klinge in acht nehmen würde yes genau das ja ich kann auch im grunde das argument dafür also grundsätzlich ist es natürlich erstmal nicht von der hand zu weisen dass in den fechtbüchern und auf den bildern und berichten die wir so haben in der regel das kommt natürlich auf die zeit wieder an aber sagen wir mal zum beispiel langschwertquellen da ist es nicht so dass man groß schutzausrüstung sieht es hätte schon die möglichkeit gegeben sachen herzustellen also ich meine rüstungen wussten sie ja wie das geht man hätte sicher irgendeine art von hellen bauen können die für das fechten besonders geeignet wäre dafür gibt es aber keine so richtigen indizien das was wir haben an schutzausrüstung sozusagen ist ja die sind die fechtfedern und für denen auch nicht viele das heißt es gab eine spezialisierte schwertform die für das fechten ohne ausrüstung vermutlich weniger verletzungsträchtig war als wenn man das einfach mit stumpften schwertern gemacht hätte was man nicht so ganz weiß ist ja ob also was wie genau das training damals ausgesehen hat es gibt ja leute die argumentieren naja wahrscheinlich haben die halt mit ihren scharfen schwertern trainiert also vielleicht ist nicht nur aber schon auch vielleicht auch sogar den großteil man weiß es nicht so im detail und andere leute sagen nee nee das hätten sie nicht gemacht ist ja viel zu nervig auch und viel zu gefährlich vielleicht haben sie mit stumpfen schwertern trainiert das das ding oder wieder andere sagen ja wahrscheinlich haben die die schwerter generell im schrank gelassen haben mit stöcken trainiert oder irgendwas was soll's oder so irgendeine form von nachbildung des sagen wir mal gefährlichen originals sozusagen genau nachbildung der waffe wenn es dann zeitlich ein bisschen später wird zur richtung rapiert geht dann gibt es schon ein paar sachen die wir da schon sehen zum beispiel dass die rapiere vorne so ein pöpsel drauf haben also so ein großes wie so ein ledersack der mit weichem material gefüllt ist der dann zum beispiel größer ist als so eine augenhöhle dass man sich nicht in die augen stechen kann da gibt es dann auch so sachen wie dass man sich einen großen filzhut aufzieht und da quasi links und rechts die krempe einfach runter bindet dass die über den ohren liegt das links und rechts quasi so ein filz ding dran ist ja genau gesicht ist trotzdem offen wir wissen auch zum beispiel von den fechtschulen da haben wir ja auch eine eigene folge zu gemacht da gibt es sowas wie so große dicke stirnbänder die da ein bisschen schutz bieten und da hat man auch gegebenenfalls sieht man auch auf einigen abbildungen gepolsterte handschuhe an also ist natürlich nicht so dass es da zumindest von denen wo wir auch quasi sportlich auseinandersetzungen sehen dass da dass da keine schutzausrüstung gab aber es ist schon so dass es jetzt nicht der schutzausrüstung natürlich entspricht wie wir sie heute haben alleine weil es keine fechtmassen gab das ist natürlich auch immer ein spiegel der jeweiligen zeit was da an verletzungen akzeptiert war also wenn du dir anguckst so berichte von fechtschulen da wurde schon mal irgendwie die teilnahmerschaft mit den füßen voran rausgetragen wo er sagt ja gut das wollen wir jetzt nicht unbedingt unbedingt haben aber wenn es passiert naja dann wird es halt eben akzeptiert oder dann ist es nicht so wie heute in dem umfang schlimm und dementsprechend könnte ich mir vorstellen ist dann natürlich auch die trainingsumgebung so ein spiegel dessen was akzeptiert wird an verletzungen heute sind wir da ja an dem punkt wo wir sehr sehr wenig akzeptieren finde ich jetzt auch persönlich ziemlich gut dass wir da in solchen zeiten leben früher nachdem was ich jetzt gelesen habe nach dem was ich weiß war das schon ein bisschen anders aber dennoch hast du ja versucht dich schon bestmöglich zu schützen hast du versucht die sachen so gefahrlos wie möglich zu gestalten und dazu gehört eben dass du im training natürlich auch ein gewisses maß an schutzausrüstung trägst und dass du die waffen leichter machst oder eben dann anpasst was ja heute auch machst also nehmen wir mal beispiel militär da wird ja auch ein soldat darauf vorbereitet für den ernstkampf für den kriegsfall und das ist ja aber auch nicht so dass sie die ganze zeit mit scharfer munition rum ballern und da auch quasi aufeinander schießen sondern da gibt es dann entsprechende übungsformen wo scharfe munition eingesetzt wird und dann gibt es übungsformen wo eben übungs munition eingesetzt wird ja also die sache ist halt einfach so ganz genau wissen tun wir es am ende einfach nicht was damals sache war und was nicht sache war ich finde das immer auch ein bisschen müßig diese diskussion weil am ende spekuliert man halt doch zum großteil rum wie es denn gewesen sein könnte das ist glaube ich auch vor allem erstmal ein interessantes akademisches problem das rauszuarbeiten aus verschiedenen quellen und das mal zusammenzusetzen verschiedene zeiträume wie das wirklich ablief was also auch diese ganze kleine arbeit in archive zu gehen zu gucken was findet man über das eigentliche training und so da würde ich tatsächlich einfach mal noch abwarten was da am ende bei rauskommt ich glaube interessanter ist es tatsächlich einfach zu gucken wie das denn heute ist also wir haben heute andere möglichkeiten wir haben wie du sagtest ja auch andere sehen vielleicht ein paar sachen auch ein bisschen anders als vor 500 jahren und die frage ist ja warum machen leute das heute was erhoffen die sich davon und wie sehen wir das ich glaube das ist einfach wirklich einfach die die abkürzung nehmen und sagen bevor wir da jetzt dinge behaupten auch wieder munter mit spekulieren machen wir einfach nicht und gucken nur auf heute also es war eine unglaublich charmante art und weise wie du gerade dieses true art argument zusammengeknüllt und aus dem fenster geschmissen hast es ist halt einfach nicht belegbar oder widerlegbar ohne sauber akademisch das ganze aufzubereiten und nachdem das noch keiner gemacht hat also wenn einer unserer hörer da gerade dran ist und sagt meine das ist demnächst fertig da habe ich das ergebnis dann gerne einmal eine e mail schreiben aber ansonsten würde ich jetzt einfach mal abwarten ansonsten reden wir da heute einfach nicht drüber punkt genau ja was haben wir heute für möglichkeiten wir können die ganze ausrüstung anziehen wir können keine ausrüstung anziehen und wir können alles dazwischen anziehen das ist erstmal das was wir in der ausrüstung machen können aber dann können wir natürlich auch noch verschiedene übungswaffen nehmen und wir können verschiedene geschwindigkeiten verwenden also mit verschiedenen übungswaffen meine ich man kann eine nachbildung von einem also eine replik verwenden von einem actual sword also von einem von einem schwert eine stumpfere nachbildung man kann eine das was wir heute als fechtfeder benutzen also einen übungs langen schwert für den für den schimpf und man kann nylonschwerter verwenden oder polsterschwerter zum beispiel gehen wir doch mal von dem also ich glaube den fall dass man mit wenig ausrüstung ficht kennen wahrscheinlich fast alle oder wahrscheinlich sogar alle unsere hörer und wir beide ja auch weil das ist ja üblicherweise so wie man anfängt man kommt ja nicht beim ersten training in die fechtheile und sagt ja ich habe mir schon alles bestellt wo kann ich die jacke aufhängen zum lüften sondern da gibt es halt maximale ausrüstung und das ist entweder nur ein schwert oder schwert plus maske und handschuhe das ist so das minimum was ich eigentlich kenne ja ist bei uns genauso genau und ist das jetzt zum beispiel was wo du sagst oder was ist denn deine beobachtung also ich meine anfänge sind ja ein bisschen sonderding aber ich sag mal auch ist das was was zum beispiel mit leuten machst die auch schon länger dabei sind und ausrüstung haben also gehst du quasi zu dieser stufe sozusagen zurück zwischendurch mal in letzter zeit nicht früher habe ich das durchaus gemacht jetzt mache ich es nicht nicht mehr weil das für mich für das training wie ich es gestalte nicht so den den mehrwert hat dass ich dann sage okay jetzt zieht er das noch dazu und dann zieht er das noch dazu und dann zieht er das noch dazu an sondern da wir ein sehr wettkampf orientiertes training haben ist es eben aufwärmen vor übungen vielleicht mal mit maske dass das kann nochmal sein also dass man dann schon eine einfach nur eine maske hat und vielleicht mal handschuhe ja okay für so ein paar einfache übungen aber das ist dann wirklich in den in den technik training in anführungsstrichen ausartet und mit mit wenig ausrüstung so ist es nicht okay aber es ist ja trotzdem so dass du das durchaus längere zeit ja selber auch gemacht hast als auch bei den leuten beobachtet also ich denke schon so was ist so ein bisschen diese also die eigentliche anschlussfrage ist ja was ist denn dann was ändert sich denn dann tatsächlich aus deiner beobachtungserfahrung raus wenn man mit wenig ausrüstung ficht im vergleich zum wenn man mit voller ausrüstung ficht vor allem werden die leute vorsichtiger aber nicht unbedingt jetzt dabei sich zu schützen sondern dabei das gegenüber nicht zu verletzen also das ist meine beobachtung dass dann viele zu sagt zaghaft bis zu zaghaft werden um quasi ein trainingspartner oder partnerin nicht absichtlich irgendwie also absichtlich ist sowieso nicht aber nicht unabsichtlich zu verletzen das ist meine beobachtung kannst du mal ein beispiel geben wie sich das äußert naja dass dann eben die hiebe nicht mehr also die werden dann so so abgestoppt dass sie dann gerade so auf der maske noch aufliegen und eben nicht mehr du hast dann keinen keinen wirklichen treffer mehr sondern so gerade so noch mal dass die klinge die die maske berührt und alles so ein bisschen der erste moment da ist so die die aktion dahinter und dann wird aber ziemlich schnell abgebremst okay das heißt quasi das schwert wird beschleunigt und dann irgendwo so bei der hälfte der bewegung wird es wieder abgestoppt dass man dann gerade so eben berührt aber nicht tatsächlich mit impuls trifft genau denn es könnte ja so meine wahrnehmung es könnte ja abrutschen das gegenüber könnte sich irgendwie komisch drehen bewegen dass man eben doch nicht auf der maske sondern auf der schulter landet oder und so weiter und so fort also im gegensatz zu sonst sozusagen mit voller ausrüstung wo man einfach weiterhin beschleunigt das schwert bis zu einem bestimmten punkt ja also man will ja auch nicht den anderen mit voller härte treffen aber man beschleunigt eigentlich sein schwert konstant und trifft dann halt irgendwann genau also du beschleunigst oder so würde ich das jetzt für mich beschreiben ich beschleunige mein schwert und höre irgendwann auf es zu beschleunigen aber die die geschwindigkeit bleibt dann die gleiche und ohne ausrüstung sehe ich bei den trainierenden dann mehr dass sie es beschleunigen und dann wieder abbremsen das ist ja jetzt eigentlich das was leute meinen wenn sie von kontrolle reden so man soll kontrolliert fechten man soll mit kontrolle fechten und das heißt ja eigentlich genau das dass man die leute nur so also ich will jetzt nicht sagen nur so leicht berührt aber halt so so leicht trifft wie möglich das ist ja eigentlich was was von den fechtern die fans von dem blogger ansatz sind geschätzt wird also die sehen das ja als was positives wie würdest du das einordnen für dich jetzt und für deine gruppe da wir so ein bisschen wettbewerbsorientiert sind und es dann bei uns wirklich darum geht einen treffer so zu machen dass er als treffer gewertet wird also das ist irgendwo zwischen wir wir legen das die waffe auf und wir zerbeulen den leuten die maske also dazwischen ohne maske zu beulen aber etwas mehr als auflegen wo halt wirklich ein treffer da dahinter ist der der gewertet wird und daher ist es für den trainingsansatz den ich verfolge oder das trainingsziel was ich verfolge finde ich persönlich das nicht so geeignet okay und der das ziel mit dem man will mehr als nur anlegen wäre dass der treffer dann am ende einfach gewertet wird vom schiedsrichter sozusagen genau das wäre das ist ja im endeffekt wenn du auf auf wettkämpfe hin trainierst das ziel dass deine treffer gewertet werden das heißt du würdest das an der stelle nicht unbedingt als was also ist es kann man das überhaupt so sagen ob das was positives oder was negatives ist dass man quasi nur auf berührung ficht oder ist das einfach ein separater skill den man nicht in dem maße braucht im wettkampf oder ist das einfach ein das ist schon schön dass du können aber es steht halt nicht im fokus bei euch das ist natürlich das prinzipiell zu können ist finde ich zumindest kein unwichtiger skill also es sollte auch nicht so sein dass du nur eins und null kannst also entweder ich ziehe durch oder ich mache gar nichts sondern also wirklich eine dass du es mehr oder minder stufenlos dazwischen einstellen kannst ist natürlich ein skill wo ich sagen würde der ist schon wichtig um sich ja auch an situationen trainingssituationen gefechtssituationen anzupassen also bestes beispiel ist du hast ein open long sword competition und dafür irrt sich eine ein meter fünfzig große fechterin herein die seit einem halben jahr historisches fechten macht und jetzt gibt es fechter habe ich zum beispiel in prag gesehen bei einem turnier ohne den kollegen aus osteuropa jetzt zu sehr zu nahe treten zu wollen aber die herren kamen etwas weiter aus dem osten und da war genau diese konstellation und der mann der da quasi der frau gegenüber stand ist ich weiß nicht wie ihre ihre skills jetzt waren seit wann sie gefochten hat aber sie war eine eine frau etwas kleiner und man hat schon gemerkt dass sie nicht die agilität und explosivität hat wie ihr gegenüber und er hat aber eben auch nur die die 1 0 variante gekonnt und hat dann eben aber auf 1 geschaltet sozusagen und ja beziehungsweise eher auf 11 gedreht wenn man so sagen möchte und das ist natürlich schon was ich sage puh das sollte auch nicht der fall sein dass du dann jemanden des sichtlich unterlegen ist total zermöbelst so dass die leute in die knie gehen weil sie die hiebe so so krass kassieren ja okay also auf gut deutsch der der pudel knabe sollte es denn nicht sein an der stelle ja das heißt da ist finde ich eine gewisse kontrolle durchaus wichtig die aber zumindest so wie ich das training aufziehe über das anfänger training über die das fortschreiten sozusagen dann bis zu einem gewissen punkt aufgebaut wird dass leute wenn sie in das reguläre training oder eben das fortgeschrittene training einsteigen diesen skill gelernt haben wie sie die intensität einstellen ja das ist interessant also ich habe auch die erfahrung gemacht bei logia ist es auch der größere faktor dass die leute sich zurücknehmen in bezug auf die ihren partner dass sie den nicht zu sehr treffen und das weniger dieses hier haben muss mich jetzt total selber noch viel mehr schützen das ist auch ein bisschen anders aber es ist jetzt nicht nur der hauptfaktor also ich merke das vor allem wenn ich das selber mache weil zum beispiel ich verwende da einfach grundsätzlich keine zweihöhe mehr also keine aus der bindung weil das risiko ist einfach viel zu hoch dass ich zum beispiel ich schlag von rechts in oberhau dann versetzt der andere den oberhau und wandert halt während des versetzens mit dem armen nach oben und dann sind halt die ellbogen genauer auf höhe des kopfes und wenn ich dann eine zweihöhe in die andere richtung schlage ich kann den schon so schlagen dass ich quasi nur den kopf leicht berühre aber wenn da auf halbem weg halt dann auf einmal ein ellbogen ist dann kriege ich das nicht rechtzeitig gestoppt und das ist halt genau das was dann passiert man kann sich natürlich auch wieder generell darüber schreiten ob das eine gute idee ist die arme so hochzunehmen dass die ellbogen auf höhe von den ohren und so sind ist aber einfach was was passiert und dann merke ich halt für mich so nee ich brauche das nicht weil ich kann die situation ja auch anders lösen indem ich halt nicht so einen horizontalen schlag machen wie den twercher sondern ich kann ja von oberen steileren schlag machen dann bin ich auch nicht an den ellbogen dran sondern bin ich dran vorbei aber so nehme ich mir halt selber einfach gewisse sachen raus wo ich sage also ich glaube da oder da habe ich die erfahrung gemacht selbst wenn ich das versuche so langsam zu machen wie möglich und so ein bisschen schwung brauchst du ja schon dass das überhaupt von der körpermechanik her so richtig flutscht dann haben die leute auf einmal überraschend halt ihren ellbogen da wo ich nicht dachte dass das so sein wird und dann kriegt halt jeder jemand eins drauf so und gleich ist es ja auch bei den stichen also wenn du jetzt zum beispiel nur mit maske und handschuhe trainierst so in oberhaut zum zum kopf das geht meistens noch recht gut auch so dass man ein bisschen einschlag hat aber ohne dass man ja wie du sagst die die maske gleich einleitet und nicht nur berührt aber zum beispiel stiche oder so machst du dann halt gar nicht mehr also da gehst du maximal auf leichte berührung wenn überhaupt weil a die leute sich natürlich beschweren dann wenn du die zu fest triffst ohne ausrüstung und b ist das hat ja auch tatsächlich ein risiko also dass du mit einer feder die nicht gebrochen ist oder mit einem stumpfen schwert was vorne umgerollt ist oder einen deutlichen ort verbreitert hat wie jetzt die siggis dass du da jemand durch die fechtmaske durch irgendwie stichst selbst am hapenstich das risiko ist sehr gering zumindest wüsste ich nicht dass das schon mal passiert wäre aber das ohne ausrüstung mal jemand schwer im arm stecken hat gerade wenn die vorne nicht umgerollt sind und ein bisschen dünner sind oder so also da gab es über die jahre immer mal wieder fälle wo das halt passiert ist und das ist halt schon was wo ich dann sage na das brauchen wir hier eigentlich nicht das könnte man eigentlich auch ganz gut vermeiden wenn wir ausrüstung anziehen ja zum beispiel und das andere ding ist halt auch weil das ist ja jetzt keine neue diskussion ob das irgendwie eine gute art zu fechten ist oder nicht und wie viel man das macht aber wir haben ja immer sehr viel schnittest gemacht weil wir ja auch lukas bei uns haben der dann also lukas der göhrt dann auch die ganzen waffen also schwerter scharfe herstellt dann haben wir haben das mindestens einmal im jahr gemacht meistens eher zweimal oder vielleicht sogar dreimal im jahr das verschnitte es halt hatten ja kein partner training aber matten schneiden und da lernst du halt auch recht schnell naja also vom nur an die matte anlegen passiert da halt nichts also du musst da schon gewissen schwung auch mitnehmen dass du eine realistische chance hast mit einem scharfen schwert tatsächlich eine matte zu schneiden und dann war halt für uns irgendwann die erkenntnis so ja das ist ja alles schön und gut aber ja wie du sagst also so ein bisschen bisschen power muss schon dahinter sein sonst ist es halt auch nicht also wenn du dieses szenario im kopf hast naja es am ende wäre es ja mit einem scharfen schwert dann musst du ja auch mit einem gewissen mit einer gewissen power die sachen einfach machen sonst kannst du auch nicht schneiden das war halt für uns so ja gut dann wenn das jetzt hier nicht so passiert ist das vielleicht auch nicht so das ding was man dann irgendwie ständig machen muss es ist dann eben die auch die frage was das ziel ist möchte ich das simulieren das fechten was ich mache dass es jemanden wie eine tatami den arm ab schneidet sozusagen oder reicht es mir einen einen treffer zu setzen wo ich sage ja das ist jetzt ein ich habe hier schon getroffen und ich hätte den auch so durchziehen können dass er dir die maske verbeult oder den arm bricht aber ich habe es jetzt einfach mal gelassen da sind wir so ein bisschen bei dem punkt auch die kombination von intensitäten ausrüstungen und mit ausrüstung meine ich einmal die schutzausrüstung aber eben auch schwerter denn darüber haben wir jetzt noch gar nicht so geredet ich hatte es vorhin mit angesprochen was jetzt das scharfe schwert für den schnittest ins spiel gebracht womit man halt dann eine gewisse geschwindigkeit braucht gewisse körper rotation gewisse intensität um da so irgendwie so ein schnitt durch eine tatami zu setzen das ist ja ein eine variante andere variante ist ja dass ich partner übungen mache mit vielleicht sogar gar keine ausrüstung aber einem schaumstoff schwert oder eine pool nudel das hat ja beides seine berechtigung und so wie ich das verstanden habe macht ihr das ja auch oder ja also die schaumstoff schwerte habe ich jetzt da habe ich quasi die leute die gleiche aus die gleichen übungen machen lassen die leute mit stahl gemacht hatten die ausrüstung hatten also sozusagen die stahl mit ausrüstung gruppe hat die gleiche übung gemacht oder fast die gleiche wie die nur maske handschuhe gruppe mit den schaumstoff schwert dann das geht nicht bei allem hundertprozentig zum beispiel bei stichen musst du da mehr aufpassen tatsächlich als bei stahl weil die nicht so viel nachgeben aber zum beispiel was hiebe angeht kannst du das halt auch super sicher machen wenn du da dann den ellbogen triffst du es halt auch so ein eier hast mich am ellbogen getroffen und kein aaa drei wochen trainings wenn es gut läuft und da kann man natürlich auch das ist ja wie so eine matrix ne also von von keiner ausrüstung bis maximale ausrüstung von schaumstoff über nylon bis hin zu stahl bis hin zu einer scharfen waffe und dann in der in der nächsten achse sozusagen die geschwindigkeit von super langsam super kontrolliert bis hin zu super schnell und volle intensität so dass ich eben auch was durchschneiden würde ja also deswegen ist ich habe jetzt ja nicht mehr nur ein blick in langschwert sondern auch in rapier und beim rapier ist es halt irgendwie noch deutlicher dass das halt ohne fechtjacke irgendwie echt wenig sinn macht weil du hast einfach sehr viele sachen die stich basiert sind also ja das spanische rapier hat durchaus auch einige sein hiemen drin italienisch ist ein bisschen aber du stichst halt doch ziemlich viel und wenn du das jetzt aus so einer bindungssituation rausmachst wo du schon reichweite bist und irgendwie das gesichert hast dann kannst du das sehr kontrolliert machen aber gerade so dieses italienische ich bin halt außerhalb der distanz und ich gehe mit einem ausfall schritt rein wenn du eine jacke an hast und vielleicht sogar noch so ein plastik brustschutz drunter und dir sticht jemand zur brust dann siehst du halt das schwert biegt sich da kriegst du ein bisschen widerstand aber du tust dir halt genau gar nicht weh also fast so wie wenn du mit den fechtwaffen trainierst also mit olympischen legen oder so das fühlt sich halt überhaupt nicht irgendwie wild an beim langschwert musst du ja trotzdem immer noch gucken selbst also wenn du da mit voller power reingehst dann kannst du ja wirklich masken verdähen das ist bei papier alles viel viel schwieriger einfach weil die waffe anders ausgewogen ist und weniger wiegt insgesamt und da ist es halt schon so ja wenn ich das jetzt irgendwie mit drin habe und wir machen ja vor allem italienisches rapier welchen grund habe ich denn dann ohne jacke zu trainieren weil dann ist halt genau wieder das dann kann ich halt irgendwie nicht so wirklich stechen stechen ist aber irgendwie 80 prozent von dem was ich mache und eigentlich dieses distanz spiel ist ja super wichtig wie kann ich mich annähern und wie kann ich den moment also das tempo wenn dann der andere sich eine blöse gibt kann ich das auch nutzen und wenn ich da aber halt nur in halber geschwindigkeit trainieren kann dann ist halt die das tempo wieder weg dann ist die blöse wieder weg und dann habe ich sie dann kriege ich die leute nicht dazu dass sie halt sehen ah jetzt ist der moment jetzt gehe ich rein sondern also jetzt ist der moment jetzt sollte ich rein gehen ich fange man es ist schon wieder vorbei okay ja komischerweise klappt das hier alles nicht du bringst halt artefakte rein und das ist eigentlich auch so ein bisschen widersprüchlich zu dem argument dass man ja damit dann sicherheit und eigenschutz trainiert das machst du meiner meinung nach weniger weil dein oponent mehr auf dich aufpasst also weil wie du das gerade beschrieben hast man dann eben nicht mit dem stich da volle möhre drauf geht und man guckt ob man auch mit dem stumpfen rapier den brustkorb penetrieren kann sondern man macht das halt alles so ein bisschen mit angezogener handbremse und dadurch kommen natürlich auch artefakte im selbstschutz rein wo man sagt naja da passiert ja nichts ne und dann wenn es irgendwie mal ein bisschen mit voller voller geschwindigkeit geht wird man plötzlich getroffen weil die leute halt den entsprechend durchziehen ja artefakte sind ein gutes thema lass da drüber mal reden also für die hörer die jetzt nicht wissen was damit gemeint ist das sind einfach wenn wir als sozusagen endziel oder als das wofür die quellen ursprünglich mal gedacht waren irgendeine annahme treffen egal ob das jetzt der kampf mit scharfen waffen ist oder nicht dann kann man immer sozusagen den unterschied dazu sich angucken und sagen okay wenn wir das anders machen und anders fechten welche unterschiede ergeben sich dann zwangsläufig und das nennt man artefakt ja also sozusagen künstlichkeiten die mit reinkommen dadurch dass wir eben gewisse dinge anders machen an der stelle ja grundsätzlich ist natürlich die idee dass wir diesen lösungsraum den ich vorhin beschrieben habe also von keiner ausrüstung bis maximale ausrüstung von ganz sichere waffen bis hin zu scharfen schwertern und intensität von null bis maximum dass man diesen lösungsraum halt bestmöglich abdeckt aber es gibt dann eben bereiche die werden immer eine grau bis schwarz zone bleiben also volle intensität mit scharfen schwertern ohne ausrüstung wird es halt so in ich sag mal in einem training was in unter halbwegs gesitteten bedingungen stattfindet nicht geben ja also das muss man sich einfach klar machen dass jeder übungsmodus jeder ausrüstungsmodus bringt seine eigenen artefakte mit und also diese es kommt manchmal so rüber als wäre so die behauptung ja aber wenn du das so machst dann wäre das ja nicht so also egal welcher modus da gemeint ist das ist meiner meinung nach alles quatsch also egal was du machst du hast immer irgendwie artefakte drin außer du machst halt genau das was du als ziel hast ja also wenn du zum beispiel natürlich sagst ich mache olympisches fechten das ist ich habe das ziel bei olympischen fechtwettkämpfen mitzumachen dann hast du das problem nicht weil dann hast du hast du genau das was am ende auch im wettkampf machst so genau ist dann sollst du dann halt keinen hemer machen genau und eine von den interessantesten sachen was die artefakte angeht ist ich erkläre das immer so wenn ich also gerade dieses dieses thema beschleunigung ja trefferintensität wenn ich jetzt mein schwert nehme und ich halte das einfach so raus dann zieht ja die gravitation mein schwert nach unten und meine muskulatur hält das schwert quasi oben ja also so ich habe einfach den arm gestreckt schwer das horizontal und wenn ich jetzt zum beispiel in der hut vom tag stehe also schwer zeigt ist zeigt nach oben ist über der schulter und ich beschleunige das nach vorne in deine richtung und ich bremse jetzt aber nicht ab sondern ich beschleunige einfach die ganze zeit weiter weil ich treffen möchte was ich dann ja mache ist dass ich die muskeln verwende die die arme nach vorne schieben ja weil ich beschleunige die ganze zeit ich habe die ganze zeit die muskulatur die schiebt die arme nach vorne und wenn ich jetzt aber abbremse beziehungsweise generell sehr langsam fechte und ich beschleunige mein schwert nicht sondern oder sagen wir mal ich beschleunige bis zur hälfte und dann fange ich wieder an abzubremsen dann verwende ich genau die anderen muskeln ja dann verwende ich ja die muskeln die dafür sorgen dass ich das schwert zu mir ziehe weil ich muss ja gegen den impuls arbeiten ja also das eine ist schiebende muskulatur das andere ist ziehende muskulatur und quasi immer dann wenn ich mich langsamer bewege als mein schwert sich von alleine bewegt wenn ich es einfach locker lasse ja also rein die gravitation ich halte seinen gestreckten arm lasse deinen arm locker schwert geht nach unten ja das ist die geschwindigkeit wo ich weder noch verwende aber immer wenn ich schneller bin dann habe ich die muskulatur die quasi beschleunigt und immer wenn ich langsamer bin als das habe ich die muskulatur die hält also die haltemuskulatur und wenn ich jetzt halt so einen langsamen fecht modus mache dann verwende ich halt die allergrößten teil der zeit eben die haltemuskulatur weil ich habe ja also ich beschleunige das schwert immer nur kurz und vor allem stoppe ich es ja dann ab ja aber sobald ich schneller fechte gegebenenfalls eben auch mit mehr ausrüstung ist genau das gegenteil der fall da beschleunige ich die meiste zeit und gestoppt wird eigentlich deshalb weil der andere sein schwert dagegen hält oder ich halt einen treffer mache und es quasi am körper des anderen stoppt dein schwert wird nur durch deinen oponenten gestoppt genau und es ändert halt komplett das ganze fechten weil so dinge wie trägheit dann auf einmal entweder eine rolle spielen oder halt nicht ja wenn ich beschleunige und der andere pariert dann muss er mit einer gewissen energie in die parade rein in den versatz rein das wiederum gibt mir ein zeitfenster für einen folgeangriff weil er eben gegen die trägheit von er hat sich jetzt möglichst schnell in die eine richtung bewegt und muss jetzt in die andere richtung zurück gegen arbeiten muss wenn man aber generell einfach langsamer fechtet dann spielt die trägheit eine sehr kleine oder teilweise gar keine rolle je nachdem wie langsam man das macht und auf einmal kann man halt aktionen machen die normalerweise nicht gehen weil da muss ich nicht erst nach links beschleunigen dann anhalten dann wieder in die andere richtung beschleunigen sondern bewege ich den arm nach links und bewege ihn nach rechts und da ist auch keine pause dazwischen weil ich nicht gegen die trägheit ankämpfen muss bringt es denn irgendeinen vorteil das zu tun was jetzt genau die mit in dieser abgebremsen variante zu üben zu trainieren also du brauchst das natürlich schon zum beispiel wenn ich eine finde mache einen fehler eine täuschung dann ist es ja genau so ich beschleunige das schwert und lasse es wie einen realistischen angriff aussehen solange bis der andere darauf reagiert dann bremse ich quasi ab und geht zu einer neuen blöße also da habe ich im grunde das also was in der art drin ja beschleunigen und abbremsen aber da ist das abbremsen halt auch ein bisschen anders also es ist nicht so ein kontinuierliches auf den punkt sondern dann bremse ich möglichst schnell ab um die richtung zu wechseln und natürlich kommt es auch so mal vor dass ich das schwert einfach halte zum beispiel stehe im langschwert im langort das schwert zeigt nach vorne ich habe vielleicht beim gegner vorne im vorderen drittel irgendwie angebunden da ist es natürlich auch so dass ich gegen die gravitation arbeiten das schwert einfach nur halte und auch langsam bewege aber meine erfahrung zumindest ist auch vom fechten mit vielen leuten die halt große fans von diesem no gear oder logia ansatz sind es ist für leute die das fechten in voller ausrüstung gewöhnt sind viel einfacher sich darauf einzulassen mit wenig ausrüstung zu fechten als umgekehrt ja also du kannst schnell fechten aber du kannst auch einen gang rausnehmen ja also bei erfahrenen fechten ja wenn du jetzt irgendwie ein zwei jahre erst dabei bist dann bist du sehr in deinem einen modus drin ja aber wenn ein paar jahre dabei bist ja vielleicht eher vier oder fünf oder so dann ist das nicht so das problem dass zu sagen ja gut dann fechte ich halt auch mal ein bisschen bisschen langsamer diese kontrollierte variante mit wenig ausrüstung wohingegen das umgekehrte so normalerweise fechtet man immer komplett ohne ausrüstung und macht es dann halt mal ausnahmsweise mit da geht dann irgendwie immer nicht so viel habe ich den eindruck ja verstehe was mir auch aufgefallen ist so beim no gear und logia fencing man macht eigentlich ja so wie ich es wahrnehme größtenteils bindungsarbeit also man bindet dann an und dann arbeitet man sehr viel aus der bindung das wiederum ist etwas was in dem kontext wie was jetzt unser ziel ist bei meiner fechtgruppe das wettkampforientierte fechten ungefähr fast nie vorkommt also es gibt natürlich auch mal bindungssituationen und auch winden hin und her und hoch und runter das kommt auch vor aber vergleichsweise wenig nichtsdestotrotz finde ich das immer eine schöne möglichkeit zum experimentieren also die ausrüstung limitiert dich ja auch also das ist natürlich zusätzliches gewicht an den händen zusätzliche einschränkende bewegungsfreiheit und wenn du jetzt keine oder sagen wir mal nur eine maske auf hast und dich jetzt darauf einigst bestimmte bestimmte aktionen zu probieren zu wollen das wiederum finde ich eine schöne sache um auf neue ideen neue ansätze zu kommen wir hatten es ja letzte woche vor 14 tagen sozusagen mit dem constraints led approach wie man da einsteigt und no gear fencing ist ja de facto auch ein constraint was man gibt man hat dann eben den lösungsraum eingeschränkt man ist dann sehr auf das bindungsorientierte fechten drin und kann dort eben verschiedene sachen ausprobieren dafür finde ich es so für den für einen experimentellen charakter um mal zu gucken was kann ich denn machen wenn mein gegenüber xyz macht also aus einer relativ statischen situation um prinzipiell erst mal zu gucken wie kann ich mein schwert drehen komme ich da drunter komme ich da drüber komme ich zur anderen seite was kann ich tun um das zu machen finde ich das recht nützlich aber das was du jetzt gesagt hast dass es da ja viel mehr zu bindungssituationen kommt ist ja gerade das argument warum das näher an dem historischen fechten im langschwert dran sein soll weil ja in den lichtenauerquellen ganz oft drinsteht dass das binden oder das anbinden der kampf aus der bindung so ein zentrales ding wäre und dass sich da auch wahre meisterschaft ja erst darin zeigen würde also das heißt in dem fall in der argumentation ist es ja so dass das wäre jetzt quasi der moment zu sagen ja siehste siehste michael und genau deshalb ist das so ein quatsch mit voller ausrüstung zu fechten weil da bindet man ja nicht ja aber dabei ist das doch das zentrale thema das wird viel zu wenig gemacht und wenn wir jetzt wenig ausrüstung haben da ist es dann ja mit drin naja und dann suche ich eine textstelle raus wo drinsteht deck dein gegenüber mit hiebenhain so dass er nicht mehr hinterher kommt und kein mann kann sich sozusagen widersetzen ohne gefahr also da findste findste für alles das passende das wie heute so für alles die passenden argumente und du kannst ja auch in jede richtung drehen wie du möchtest wenn du das willst also ich denke wir können auf jeden fall mal festhalten dass es so ist dass mehr aus der bindung gemacht wird wenn das ganze langsamer von statten geht wenn mit weniger impuls gefochten wird und eben aus also oder ist es nur die geschwindigkeit an der stelle warum das passiert oder ist es die kombination eben aus beidem aus der geschwindigkeit plus man möchte den anderen schützen ja du hast nicht sonderlich viel mehr möglichkeiten also nehmen wir mal jetzt wirklich das no gear fencing wo du ja dann mit einem partner oder einer partnerin fichst die in der lage sind oder wo du mit partnerinnen fichst die in der lage sind treffer zu akzeptieren also wenn sie theoretisch jetzt in einer situation einen stich oder hieb kassiert haben dass sie das anerkennen und sagen ja hier jetzt setze mich gehabt da wäre ich jetzt nicht rausgekommen weil ansonsten kannst du ja immer super schnell irgendwie eine parade stellen und jetzt habe ich faden verloren was hast du gerade gesagt ich hätte gemeint woher kommt das mit der bindung ist es einfach nur die geschwindigkeit oder das ja genau und dadurch hast du wenn du ja einen einen treffer andeuten möchtest gehen dir irgendwann die möglichkeiten aus also das mit mit hieben zu machen die musst du ja dann entsprechend so langsam machen und auch wenn dein gegenüber dann die parade langsam macht wird die trotzdem immer noch schnell genug sein das heißt durch das binden hast du überhaupt irgendwie eine chance eine aktion zu machen rein zu gehen auch dann viel mehr ins ringen zu gehen wo du irgendwie einen treffer andeuten kannst oder eine aktion andeuten kannst die dann zu deinen gunsten ausfallen würde weil mit mit freien hieben kommst du da einfach dann nicht weit in slow mo ja es gibt ja so ein bisschen die einteilung bei kampfkunsttechniken generell wie hoch ist das risiko und wie hoch ist die wenn es gut geht also quasi risk versus reward sozusagen reward reward und es gibt ja so high risk high reward sachen beziehungsweise auch high risk low reward und so weiter und zum beispiel zu sagen ich bin jetzt außerhalb der distanz und jetzt haue ich so einen richtig knackigen hau rein vielleicht einen der meister oder auch nicht wenn es knappt hängt der andere stecht ihm einfach mitten ins gesicht kampf ist vorbei wenn es nicht klappt hänge ich dem anderen halt auf dem schwert so und alles aus der bindung raus ist ja erstmal das risiko ist geringer für beide also sozusagen der reward ist auch kleiner auf der einen seite ist es natürlich so dass man selber nicht so leicht dem anderen aufs schwert trennt aber der andere einem selber auch nicht weil es spüren ja beide in der bindung was passiert und das entschleunigt das ganze und macht das ganze in dem sinne sicherer dass man nicht aus versehen den anderen so wahrscheinlich erwischt also an den händen passiert das trotzdem manchmal aber es ist kein so ein ding wo man sagt na gut jetzt baller ich halt mal einen rein und guck was hängen bleibt kannst du schon machen wirst du dann wahrscheinlich aber auf diesem planeten nicht mehr allzu viele fechtpartner und partnerinnen finden also du sagst low gear oder no gear fencing ist low risk low reward ne also low risk würde ich das auch nicht sagen aber ich meine also insgesamt auf die einzelnen techniken jetzt bezogen also nur auf diese situation oder diese erkenntnis dass da irgendwie mehr gewunden wird und Sachen aus der Bindung zu fechten sind insgesamt nicht so leicht tatsächlich durchzukriegen weil der andere halt auch sehr viel Informationen hat wo er darauf reagieren kann aber gleichzeitig ist halt auch die Chance dass irgendwas katastrophal schief läuft für einen selber nicht so hoch ja weil du gerade sagst dass man dafür sehr viel dass man dabei sehr viel Informationen bekommt also das ist ja quasi dieses dieses fühlen Ding in der Bindung wo ich sagen muss da hast du natürlich auch die Gelegenheit zu fühlen wenn ich Fechthandschuhe und quasi schwere Fechthandschuhe und meine Jacke anhabe da ist nicht mehr so viel mit fühlen das ist dann schon eher so ein stumpfes Ding findest du? ja also im Vergleich wenn ich das Schwert in den Händen habe und quasi so eine was einfach anbinde mit jemandem und dann so eine Übung mache da finde ich ist das Feedback das Fühlen schon intensiver als ohne als mit Ausrüstung sozusagen ja das ist interessant dass du das sagst das wäre eh eins von den nächsten Punkten gewesen was das Thema Artefakte angeht auch natürlich wie die Schutzausrüstung einen so ganz direkt beeinflusst was Gewicht und Co. angeht weil das geht mir zum Beispiel nicht so also ich meine ich habe jetzt mit dem Rapier zum Beispiel ja da hast du dünnere Handschuhe an da weil auch die Spanier sehr viel aus dem Klingelkontakt fechten habe ich das in letzter Zeit auch wieder mehr gemacht und ich merke da ehrlich gesagt keinen Unterschied also ob ich da jetzt die Ausrüstung anhabe oder nicht das macht für mich keinen Unterschied ich habe aber auch natürlich festgestellt bei den Leuten um mich rum und auch bei sag mal wenn Leute mit Problemen ankamen dass es sich lohnt immer erstmal die Ausrüstung auch mitzuchecken und zum Beispiel wenn ich jetzt die volle Ausrüstung anhabe die schränkt den Bewegungsgrad ein Stück weit ein aber bei mir ist es so das passt alles so gut dass es mich nicht in irgendeiner relevanten Form einschränkt also ich kann alle Bewegungen machen die ich versprechen brauche im vollen Bewegungsradius aber zum Beispiel bei einer Freundin ist das nicht so die kann wenn sie diesen Plastikbrustschutz anhat und ihre Jacke drüber und die versucht zum Beispiel rechts in Ochsen zu gehen also als Rechtshänder quasi da wo die Hände verschränkt sind das geht einfach nicht weil sie mit dem linken Arm nicht so weit rüberkommt ohne den Brustschutz geht das aber und das ist natürlich schon was was ganz direkt dein Fechten beeinflusst weil du dann halt auf einmal manche Sachen nicht mehr machen kannst und wenn ich meine Sparing Gloves anhabe ist es auch so ich habe also wenn ich die Hände komplett entspannt lasse dann habe ich eine total gute Haltung wo ich einfach das Schwert sozusagen reinlegen kann im Daumengriff ohne Daumengriff ganz egal das Schwert liegt gut in der Hand ich muss mich nicht anstrengen das bewegt sich alles fast wie von selber aber wir hatten natürlich auch schon viele Leute denen halt ihre Handschuhe nicht so richtig gepasst haben die wir dann halt berichtet haben dass die aktiv gegen ihren Handschuh arbeiten müssen um zum Beispiel die Hand zu schließen das ist natürlich brutalst anstrengend du kannst keinerlei Kraft auf das Gehills übertragen und solche Effekte gibt es natürlich durchaus auch zum Beispiel wie viel Luft man kriegt durch so eine Fechtmaske ist ein Faktor und ja weiß nicht was gibt es sonst noch irgendwas was man dringend erwähnen sollte an der Stelle was einen einschränkt ja so wirklich direkte Einschränkungen ja Gesamtgewicht natürlich ja also ja also das ist immer wieder ein faszinierendes Schauspiel wenn Leute ins fortgeschrittene Training oder ins reguläre Training einsteigen und das erste Mal so eine Trainingseinheit in voller Ausrüstung absolvieren und es kommt und es kommt bei ungefähr allen die Frage ob das nochmal besser wird ja dauert ein paar Wochen aber dann wird es besser versprochen ja das das Gewicht an sich der der Wärme Faktor ist auch nicht zu unterschätzen also es wird unglaublich warm da drin wenn man das nicht gewohnt ist dann zieht man die nach fünf Minuten wieder aus und ja halt auch sowas wie der Halsschutz der dann natürlich auf den Kehlkopf drückt und dich dann hier in deiner Kopf Bewegungsfreiheit einschränkt also das ist so die Kombination aber ich denke Handschuhe und sowas wie Brustschutz Jacke das sind schon die wichtigsten Aspekte die verhindern dass du dich frei bewegen kannst oder wenn natürlich irgendwas so schlecht passt dass es ständig verrutscht Hallo Red Dragon Knieschoner wo du dann halt auch irgendwie die ganze Zeit am Nachrödeln bist also das sind schon Faktoren auf jeden Fall und die betreffen Leute auch unterschiedlich stark also ich sag mal wenn meine Fechtausrüstung 10 Kilo wiegt und ich verteile die auf 80 Kilo Gesamtgewicht dann ist das halt ein Achtel wenn du die gleichen 10 Kilo nimmst und du verteilst sie auf 60 Kilo Gesamtgewicht bist du schon deutlich höher dabei ja und gerade bei Frauen ist es notorisch so dass die Ausrüstung halt nicht so richtig gut passt an vielen Stellen auch wegen gewissen anatomischen Unterschieden zwischen Männern und Frauen so im Brustbereich ja und weil Hersteller von Fechtausrüstung egal ob jetzt klassische Fechtausrüstung oder fürs historische Fechten teilweise schon irgendwie spezielle Vorstellung von einem weiblichen Körper haben der mit der Realität bedingt oder sagen wir mal mit der Realität der Fechterin im historischen Fechten bedingt etwas zu tun hat ja so jeder erwartet irgendwie H&M Modelle also das sind schon Faktoren die das Ganze direkt beeinflussen also ich habe ich weiß nicht ob es Glück ist oder ob ich einfach über die Jahre mir die richtigen Sachen gekauft habe zum Beispiel auch wenn ich jetzt vergleiche meine aktuelle Fechtjacke das ist die AP Lite von Spes und ich hatte vorher die Gdansk Pro von Spes die Gdansk ist viel viel schwerer viel viel wärmer viel weniger atmungsaktiv schränkt einen auch stärker ein polstert natürlich auch besser wenn ich alleine das halt nehme hat das schon mein Fechten verbessert dass ich jetzt mit der leichteren Jacke da zurechtkomme und die auch tatsächlich ausreichend ist und jetzt ist aber halt so die aktuelle Ausrüstung die ich habe die behindert mich eigentlich nicht es ist schon so dass sie immer noch ein bisschen mehr wärmer wird als wenn ich jetzt einfach so fechten würde aber wie gesagt also den Bewegungsfreiraum den ich brauche habe ich ich finde es nicht unangenehm den Kram zu tragen und ich kann halt jetzt auch ohne große Probleme irgendwie zwei Stunden am Stück Rapier fechten das geht schon aber wenn das halt natürlich nicht der Fall ist und dir passt das Zeug nicht gut es ist vielleicht einfach nicht auf deine Größe auch ausgelegt Gewicht ist viel zu schwer du neigst vielleicht eh zum Schwitzen und dass dir das schnell heiß wird dann kann das natürlich schon echt sehr unangenehm werden und dann ist es auch was wo die einzelnteile für sich dann fechten halt immer ein paar Prozentpunkte schlechter machen wenn da halt mehrere Sachen zusammenkommen kann das schon so ein Ding sein wo du einfach sagst naja ich fechte irgendwie wenn ich Ausrüstung anhabe halt nur noch halb so gut ja das sind wir dann wieder bei den Individual Constraints der Ausrüstung die dann deinen Lösungsraum einschränken den du hast Komma aber wenn die Zielanwendung in der du das machst mit dieser Ausrüstung ist also also wenn du im kompetitiven Fechten halt diese Ausrüstung tragen musst naja dann musst du dir halt was überlegen was du dann machen möchtest ja also wir haben es jetzt glaube ich mit dem Logier Fencing auch so ein bisschen also dass wir beide da nicht so Fans von sind ist jetzt glaube ich auch nichts Unbekanntes aber ich sag mal gerade aus den Gründen mit dem Ausrüstung ist halt irgendwie auch schwierig für manche verstehe ich das vollkommen wenn einige Leute sagen eigentlich ist das mit voller Ausrüstung Fechten auch gar nicht so ihr Ding und sie machen es lieber mit weniger Ausrüstung ja dass wenn das für das Ziel ist so wie du es sagst ja und das passt für das Ziel spricht da ja auch erstmal nichts dagegen das ändert das Fechten das führt zu gewissen Artefakten aber auch das Fechten in voller Ausrüstung bringt ja ebenfalls gewisse Artefakte mit ja das was wir gerade aufgezählt haben zum Beispiel dass du dich vielleicht in manchen Positionen einfach nicht mehr so gut bewegen kannst ja und von daher ist es jetzt erstmal kein Problem das eine oder das andere zu machen oder beides und das eine ein bisschen mehr das andere ein bisschen weniger hängt halt immer davon ab was man gerne tun möchte man muss sich halt nur im Klaren darüber sein was die Einschränkungen jeweils sind und kann dann halt für sich bewerten und vielleicht auch für die eigene Trainingsgruppe was da stärker ins Gewicht fällt ich sag mal es gibt ja durchaus Trainingsgruppen die sagen naja also mit kompetitiven Sachen da gar nichts so am Hut haben und denen es um die Ästhetik der Bewegung beim Fechten geht also einfach das Schwert die Bewegung mit Schwert und da ist natürlich Logier oder No-Gear-Fancing eine super tolle Sache weil du ja dann dich wirklich frei entfalten kannst auch in der mit der entsprechenden Beweglichkeit und das sieht ja auch super gut aus das kannst du dann ja auch zu einem bestimmten Grad optimieren in der Geschwindigkeit sodass dann wenn das zwei Leute abgestimmt ist ähm mir fallen da die ähm ich glaub das sind Slowaken ein die so eine ähm ja was im Prinzip Szenenbühnenfechter sind die aber eben auch historische Fechter sind und die ihre Choreos halt ultra krass ähm durch ähm ja trainiert haben sodass es eine in einer sehr in einer sehr hohen Geschwindigkeit und Präzision dann äh abläuft und das sieht natürlich auch einfach verdammt cool aus ähm du meinst Adorea oder? ja genau Adorea meine ich ja ja ähm das ist halt das Ding also ich meine wo wir schon ein bisschen aufpassen müssen ist wir haben jetzt schon wieder sehr viel über Wettkämpfe geredet und das klingt immer so als wäre das quasi so der direkte Widerspruch oder das wären so die zwei Bereiche dass man irgendwie Logier einfach machen würde weil man da irgendwie mehr Bock drauf hat oder keine Wettkämpfe mag und wenn man Wettkämpfe macht dann macht man Fullgier aber das ist ja auch nicht so dass die Leute nur mit voller Ausrüstung fechten weil sie auf Wettkämpfe fahren wollen ähm im Gegenteil gibt es sehr viel mehr Leute die mit voller Ausrüstung trainieren aber halt nicht auf Wettkämpfe fahren und der Grund dafür ist das wissen auch die Leute die schon ein Weilchen dabei sind diese ganze Entwicklung von der Ausrüstung war natürlich auch ein bisschen getrieben davon dass Leute gerne Turniere fechten wollten aber es war vor allem halt auch so dass man sich eigentlich auch etwas schneller fechten wollte ohne sich halt ständig irgendwie auf die Ellbogen zu hauen und dieser Faktor Spaß ist ja immer subjektiv ja was dem einen Spaß macht muss dem nächsten nicht Spaß machen aber ähm mit mehr Ausrüstung zu fechten und dann einfach auch zu wissen ich hab nicht irgendwie noch die nächsten zwei Wochen dann Schmerzen an Körperstelle X wo ich jetzt halt blöd getroffen worden bin oder sagen wir mal das ist die absolute Ausnahme das ist schon äh das finde ich schon gut im Vergleich zu dem wie es früher war da war es halt ständig irgendwie einen blauen Oberarm, Unterarm, Oberschenkel sonst was gehabt das waren jetzt alles keine gefährlichen Verletzungen im Sinne dass du da jetzt hättest zum Arzt müssen und Krankenhaus und keine Ahnung was aber es war halt echt unangenehm und das auch irgendwann war es dann halt auch gut also ich meine ich bin jetzt was 37 also mit 27 hat mich das nicht so genervt aber inzwischen müsste ich das jetzt halt auch nicht mehr jede Woche dreimal haben ich stehe jede Woche blaue Flecken und irgendwelche Verdacht auf angebrochene Rippe ja und das ist halt schon genau das Ding also die Ausrüstung ist halt einfach auch vom Markt getrieben aus halt also es gab mehr Auswahl die ist auch besser schützend geworden und auf dem Level auf dem wir jetzt sind für so Alltagswehwehchen dass man sich jetzt halt nicht mehr ständig an den Fingern wehtut Ellbogen, Knie und so weiter dafür funktioniert das schon eigentlich ziemlich gut also natürlich wenn du voll durchziehst und so ein paar Leute hast die doch sehr sehr reingehen dann ist die nicht ausreichend dass sie dich komplett schützt aber ich sag mal wenn man das auf einem ja wie du das genannt hast Zwischenmaske verbollen und nur berühren macht also dann geht das schon ganz gut Hema-Schutzausrüstung ist kein Atomschutzbunker ja sozusagen ja das ist halt wenn ihr euch gegen Atomwaffen schützen wollt dann braucht ihr einen Atomschutzbunker das ist halt nicht unbedingt das was wir im Training haben ja auch noch ein Faktor der glaube ich mit reinspielt den man zumindest mal erwähnen sollte ist dieses ganze Thema Überforderung beim Fechten man kann einfach die wenn Leute überfordert sind das verringern indem man langsamer fechtet indem man das Fechten insgesamt verlangsamt und das ist halt was was aus den erwähnten Gründen beim Fechten mit wenig Ausrüstung auch automatisch passiert dass halt alles langsamer abläuft und das ist natürlich auch was wo sich einige Leute wohler fühlen gerade wenn die sonst mit so Leuten trainieren die halt sehr kräftig sind und dann ist halt einfach hast du drei Hiebe reingekriegt bevor du noch wusstest dass der erste kommt und das ist halt auch was was in dem Maße normalerweise nicht passiert wenn man mit wenig Ausrüstung fechtet ja das war das was ich vorhin auch meinte mit du hast ein bisschen die Möglichkeit zu experimentieren du hast auch die Möglichkeit bewusste auf der kognitiven eben eine bewusste Entscheidung zu treffen weil es so langsam ist dass dein bewusster Verstand das noch verarbeiten kann wo jetzt das Schwert hin muss was wir ja ich beziehe mich mehr wieder auf die letzte Folge wissen dass das eben in der in der in der Hochgeschwindigkeitsvariante dann einfach nicht mehr geht da ist einfach nur Wahrnehmung und Ausführung und das ist eine unterbewusste Verknüpfung die einfach abgespult wird genau und umgekehrt ist es ja auch so schneller ist halt nicht immer besser also wenn auch nicht jeder natürlich aber es gibt auch eine gewisse Tendenz wenn man mit voller Ausrüstung trainiert dass die Leute halt erstmal versuchen alles mit mehr Geschwindigkeit zu lösen und gegebenenfalls auch mit mehr Härte oder einer Kombination ja genau genau oder beidem halt und das ist natürlich auch nichts in der Sache also ich meine das funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt aber du kannst halt nicht irgendwann einfach immer nur noch schneller werden sondern da sollst du halt mal gucken was machst du denn taktisch was machst du denn strategisch könnte man vielleicht nicht das ganze Problem ein bisschen anders angehen als einfach nochmal mehr mit dem Kopf durch die Wand zu rennen ja aber würdest du dann No-Gear-Fencing für so eine Situation wenn du jetzt einen Fechter hast der gerade dabei ist auf Kraft und Geschwindigkeit zu skillen dem mal so eine so eine Runde No-Gear-Fencing überhelfen äh ne aber ich meine wir haben jetzt vor allem über Logier also Fechten mit wenig Ausrüstung und Fechten mit voller Ausrüstung Geräte ich glaube es lohnt sich schon mal über das Fechten ohne Ausrüstung oder nur mit so einer äh Brille Alibi Brille warum ich das Alibi nenne kommen wir gleich noch zu aber nur mit so einer Brille quasi zu fechten weil das ist ja schon nochmal ein Stück was anderes als wenn man dann wirklich gar keine Fechtenmaske mehr an hat vielleicht auch keine Handschuhe oder wahrscheinlich keine Handschuhe ja jetzt bin ich jetzt hast du hier den 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 Cliffhanger schon fast gesetzt jetzt musst du es auch verraten warum das für dich eine Alibi Brille ist also das funktioniert ja auch nur gegen zufällige Treffer also sowas wie man streift aus Versehen man wollte eigentlich dass das Schwert oder fangen wir nochmal anders an beim Fechten ohne Ausrüstung ist es natürlich so dass man nicht tatsächlich treffen möchte also nicht mit Kraft oder mit Impuls sondern man möchte maximal anlegen wenn überhaupt also nur berühren und in vielen Fällen möchte man ja eigentlich vor dem Ziel sogar stehen bleiben also zum Beispiel so Hiebe zum Kopf ja das wäre sehr riskant wenn ich da tatsächlich versuchen würde zu treffen auch wenn es nur anlegen ist weil sobald ich mich ein bisschen verschätze haue ich halt den anderen ordentlich gegen die Schläfe bei Stichen ist es natürlich noch mehr so da höre ich eigentlich vor dem Ziel auf und mache nicht noch mit der Spitze Kontakt mit der Stirn oder so und wofür diese Brillen tatsächlich schützen sind eben so Zufallssachen so man wollte eigentlich quasi fünf Zentimeter vor der Stirn aufhören und hat sich ein bisschen verschätzt und jetzt waren es halt nur zwei Zentimeter und dann berührt man leicht die Brille so aber was die auch nicht können zumindest nicht von denen die ich in der Hand hatte wenn man tatsächlich sie so verschätzen würde dass der eine in dem Moment des Stiches einen Schritt nach vorne macht und der andere auch und man trifft sich sozusagen in der Mitte also beide gingen aufeinander zu diese Brillen sitzen sehr nicht aufs Gesicht festgeklebt also du kannst je nachdem wo du triffst halt an denen einfach vorbeirutschen und dann bist du trotzdem im Auge ja also es ist schon nicht es ist schon sicherer als ohne wahrscheinlich vielleicht kann man sich auch darüber streiten ob das dann nicht schon wieder so ein Gefühl von Sicherheit ist wo es dann doch wieder gefährlicher wird aber es ist nicht so wie bei einer Fechtmaske dass du tatsächlich dem anderen quasi ins Schwert laufen kannst weil du halt die Situation falsch eingestätzt hast und es passiert halt einfach nichts außer dass du dir denkst oh ja nicht so gut und die Sache ist halt ich kenne auch jemand der hat auch eine Zeit lang HEMA gemacht aber war auch im Reenactment unterwegs die haben halt auch für irgendeine Show quasi eine Choreografie vorbereitet und der hat halt auch mal ein Schwert ins Auge bekommen das ist schon ein bisschen unangenehm glaube ich ja und der ist jetzt halt auf dem einen Auge auch mehr oder weniger blind also das ist halt immer so ein Ding ja das ist halt das Risiko was dann passieren kann und ich meine bei der Chorea war es ja auch so die haben ja komplett ohne Trefferabsicht das Ganze vorbereitet das soll ja nur so aussehen als ob ihr wisst ja wie Schaukampf aussieht da bist du theoretisch eigentlich nicht in der Nähe jeder weiß genau wo er hingehen muss und das was wir machen ist ja freies Fechten miteinander und das ist dann halt immer die Frage also Augen sind schon was sehr wichtiges wie die halt auch leider leicht kaputt gehen ich habe da dazu eine zum Thema kann ins Auge gehen eine eine ja es ist es hat anekdotischen Charakter es ist es ist dann zum Glück ja nichts nichts dauerhaft zumindest meines Wissens dauerhaft Schlimmes passiert deshalb erzähle ich das mal es gab vor ein paar Jahren den Fall da hat ein ja ein Hemaist einem anderen also es war eigentlich so eine so eine Reenactment Truppe die haben auch so ein bisschen Hema gemacht und der Hemaist kam dann von einem anderen Verein dahin und hat hier so erzählt hier machen machen so Hema und da ist da haben sie gesagt ja komm lass mal ausprobieren und die hatten eben nur so eine so eine Reenactment Helme wo du so einen Schlitz hast und das haben sie mit Rawlings Wastern gemacht die eigentlich nicht durch diesen Augenschlitz passen so das hat sich dann im Eifer des Gefechts könnte man sagen herausgestellt dass sie es doch tun und da wurde der sozusagen da eine Person durchaus gefährlich verletzt das die die Vorgeschichte und dann machen wir einen kleinen Zeit also es ist schon sehr sehr lange her das war Anfang der 2010er und machen wir einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 2013 da war ich das erste Mal beim Swordfish als also ich habe dann nicht selber mitgefochten sondern habe da einfach nur an den Workshops teilgenommen und mir die Gefechte eingeguckt und abends war dann das Finale im Ringen Schwergewicht und da gab es einen Unfall und jemand ist dem anderen irgendwie auf den Ellenbogen gefallen auf jeden Fall da gab es einen luxierten Ellenbogen und die Person der das passiert ist hat auf eine bestimmte Art und Weise geschrien sozusagen so ein Schmerzschrei und da ich selber schon mal den einen oder anderen Unfall hatte und da auch so da gelegen habe und diese Form geschrien habe hat mich das ziemlich getriggert und ich musste dann erstmal rausgehen weil mir so ein bisschen nicht so gut war und ja mir kam dann auch jemand entgegen hat mir hat mir angesehen wie es mir gerade geht mich da auf eine Bank gelegt mir einen Schluck Wasser gegeben und ja er hat mich auf diese Bank gelegt aber da lag schon einer also ich war nicht der Erste den es da erwischt hat und witzigerweise also was heißt witzigerweise es war auch ein Deutscher und wir kamen dann so ins Gespräch warum liegst du hier warum liegst du hier und er meinte ja also er ist der Typ der quasi den Rawlings Waster dann seinem Kumpel ins Auge gedrückt hat quasi und ja dann gemeint da das war sozusagen die Situation die ihn dann getriggert hat und nachhinein haben haben es alle alle sozusagen überlebt aber das ist meine Geschichte zum Thema kann ins Auge gehen und so eine sehr interessante Konstellation da also ihn hat dann sozusagen auch die Verletzung getriggert aber halt aus der Sicht des derjenige das verursacht hat genau weil sein Kumpel dann eben auch entsprechend sehr vor Schmerzen geschrien hat was dann Leute tun wenn sie auch einen Waist ins Auge bekommen ja unschön also das ist natürlich immer so ein Ding es gehen auch viele so Annahmen durch die Hema Szene und Theorien was Risiko angeht die nicht so richtig auf stabilen Füßen stehen aber gerade sowas wie Schwert ins Auge oder halt bei ohne Ausrüstung gefochten Schwert durch den Arm oder so durch die Hand was immer findest schon also das ist ich weiß nicht gibt es keine Statistik dazu aber das ist schon so man hat Leute im Bekanntenkreis bei denen das so war und ja das ist genau das Ding also was ist sozusagen das Risiko wenn es schief geht wie schlimm verletzt du dich wenn es einen Unfall gibt und wenn du das halt mit voller Ausrüstung machst dann ist da verletzen sich natürlich auch Leute einfach weil es viele Leute natürlich machen aber es hat so gerade dieses ich hab es irgendwie total die Situation verpeilt bin immer auf Schwert gelaufen mit voller Ausrüstung passiert da wahrscheinlich nichts außer einem Schreck mit Lowgear wenn es zur Maske geht wahrscheinlich auch nicht viel wenn es im Körper geht kommt drauf an wie die Spitze gestaltet ist ganz ohne Ausrüstung ist es aber immer ein großes Risiko so gleichzeitig ist es auch nicht so als würde das gar nicht gehen also ich meine Gladiatoris macht ja im Wesentlichen auch vor allem Fechten ohne Schutz Ausrüstung bei denen funktioniert das auch ohne dass da jeder mit einer Augenklappe rumläuft und es gibt ja auch durchaus andere Hema Gruppen die da ihren Fokus drauf legen aber was man schon beachten muss ist du kannst jetzt nicht einfach zumindest ist das jetzt auch wieder meine Erfahrung weil man probiert ja über die Jahre auch so ein bisschen rum du kannst nicht so direkt von voller zu keiner Ausrüstung und wieder zurück wechseln weil die Leute müssen also du musst halt die Leute so auch drauf schulen sag ich mal und sensibilisieren wie halt die Risiken sind dass die Risiken andere sind als mit voller Ausrüstung dass die auch hier wieder die Beobachtung ähnlich wie beim Fechten mit wenig Ausrüstung es ist jetzt weniger dass man selber so Schiss hat dass man sich verletzt außer man trainiert halt mit jemand der generell dafür bekannt ist dass er nicht so Rücksicht auf einen nimmt sondern meistens ist die Sorge größer dass man dem anderen irgendwas tut und es reicht aber einer der so ist ja keine Ahnung ich mache halt einfach so wie sonst auch und ich gehe dann halt mal rein wenn es passt und sich halt mit den Situationen verschätzt vielleicht auch nicht so viel Erfahrung hat dass das schon auch ein Risiko ist für den ganzen Rest der Truppe das ist immer so das Ding du ja du hast eine andere Risikostruktur und ob man das möchte ist immer die andere Frage ich meine wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie super erfahrene Leute hast super erfahrene Trainer oder was auch immer und die machen das miteinander da sehe ich jetzt nicht so das Problem damit aber gerade wenn du Leute hast die jetzt vielleicht ein zwei Jahre dabei sind und vielleicht den einen Modus kennen und die anderen halt nicht du kannst dir halt nicht einfach so sagen jetzt mach mal und dann aufs Beste hoffen sondern man muss die Leute laufen muss aber das ist halt auch so ich meine wir sind jetzt auch einem großen Sportverein angeschlossen und wenn da tatsächlich jemand ein Auge verliert und eine Versicherung aktiv wird das wäre natürlich spannend das zu erklären so ja warum habt ihr nicht mit Maske gefochten ihr habt doch zwei Schränke voll davon da ja und das ist ja selbstverständlich dass man das macht Masken aufsetzt ne ja hat ihr nicht für das Fechten mit wenig Ausrüstung muss man halt so quasi einen konkreten Kontext und den Rahmen anpassen den man fechtet zum Beispiel indem man auch vielleicht einfach gleich sagt jetzt wieder Thema Langschwert ich lasse einfach die Stiche weg ja ich mache das so wie bei der Fechtschule so Jochen Meier Style Stiche gibt es einfach nicht ich arbeite nur mit ihm weil Stiche zu großes Risiko wenn du nichts im Gesicht hast dass du den anderen halt dann doch aus Versehen mal erwisch weil einfach nur der Ort ausgerichtet und der andere läuft nach vorne kann halt sein der läuft schon aufs Schwert auch wenn du gar nicht stechen wolltest und das ist halt Distanz dann treffe ich halt den Oberarm gibt einen blauen Fleck aber es ist nichts kaputt bei Stichen bin ich halt so weit weg dann ändert sich halt auch wieder die Distanz in der ich agiere und das ist halt wir fechten immer mindestens mit Fechtmaske wir machen schon zwischendurch mal Übungen wo man keine Handschuhe anhat manchmal auch mit Partner aber im Endeffekt Fechtmaske Handschuhe sind eigentlich immer so das Ding was bei uns dabei ist in letzter Zeit auch eher mehr wieder mit einfach voller Ausrüstung von Anfang an auch weil das für die CLA Übungen das alles einfacher macht weil man halt ich habe ja dann auch die Aufsicht über die Gruppe bin auch für deren Sicherheit verantwortlich würde ich mich ehrlich gesagt nicht wohlfühlen da das No-Gear zu machen No-Gear ist okay kann man machen in verschiedenen Varianten aber ganz ohne das ist einfach das passt nicht zum Rest wie wir das machen und ich sehe irgendwie den Nutzen auch nicht so richtig drin also nicht für das Ziel dass die im Freikampf am Ende mit wahrscheinlich viel oder voller Ausrüstung wechten können ja ist bei uns ganz genauso und witzigerweise du hattest ja vorhin gesagt die Leute stellen sich leichter auf drauf ein von ohne Ausrüstung von mit Ausrüstung auf ohne Ausrüstung also umgekehrt und wir hatten jetzt am Wochenende offene Halle und war auch jemand also kurz noch ich hatte gemeint von voller zu zu wenig Ausrüstung nicht komplett ohne weil komplett ohne ist nochmal so ein separates Ding ah ja wir hatten am Wochenende offene Halle und da waren auch Leute von außerhalb da und einer war eben jemand der durchaus ein Fan von No Gear Fencing war und hatte dann auch jemand aus meiner Gruppe gefragt ob er da eine Runde mitmacht und die haben dann eben auch ohne Ausrüstung so ein bisschen quasi gefochten und das hat er auch hingekriegt also mein trainierender ohne dass wir das jemals großartig nee ohne dass wir das jemals gemacht haben also weil die haben jetzt hatten die ohne Maske geübt und das hat er vorher quasi noch nie gemacht weil wir es einfach auch nicht machen also komplett ohne Maske dann genau aber es ging trotzdem haben beide noch ihr Augenlicht keine keine Schramm und nichts ja das ist erst ein bisschen die Frage mit der Risikobewertung am Ende es ist halt generell so es gibt unterschiedliche Risiken was passieren kann tendenziell würde ich sagen weniger mit voller Ausrüstung natürlich was schwerwinkelverletzungen angeht da hast du dann eher das Problem dass sich die Leute ein bisschen zu wohl fühlen und dann halt mit viel Energie reingehen ja und dann ist halt immer die Frage das was dann als nächstes gleich diskutiert wird oder so ein bisschen der wir machen da jetzt einen Kompromiss dass Leute dann sagen naja dann machst du halt alles machst du halt alle Modi das kann man natürlich auch so tun und sagen wir nutzen No-Geo-Logio und volle Schutzausrüstung die Frage ist ja dann trotzdem nur was erhoffst du dir von welchem Modus in welcher Frequenz und in welcher Menge setzt du den Schutzausrüstung machen wir beide nicht letzter Zeit eher mit voller Ausrüstung weniger mit oder wenig mit wenig Ausrüstung so aber trotzdem ist ja dann die Frage wie viel machst du von was und ich meine ein Grund ist ja auch warum man nicht mit viel Ausrüstung fechtet einfach weil es auch eine gewisse Hürde ist natürlich wenn jeder nur ein Schwert braucht und vielleicht noch eine Maske das ist natürlich alles günstiger und schneller zu besorgen als volle Ausrüstung die Frage ist aber ja wenn die Leute schon volle Ausrüstung haben dann ist halt wirklich warum dann nicht verwenden das könnte ich wahrscheinlich auch schlecht verkaufen dass ich genau also das ist ja auch sozusagen eine Einschränkung ein Constraint die Leute haben eine gewisse Erwartung dass sie den Kram den sie angeschafft haben auch tatsächlich verwenden sonst hören sie einfach auf sich den anzuschaffen in der Folge Generation ich meine was es da teilweise gibt was ich auch schon öfters gehört oder gesehen habe dass man sozusagen den das also zwei Stunden Einheit am Ende gibt es irgendwie wie ein Freikampfteil mit 30 Minuten oder so halbe Stunde und dass man sich dafür zum Beispiel die volle Ausrüstung anzieht aber bis zu dem Zeitpunkt mit wenig Ausrüstung trainiert das ist halt auch wieder so ein bisschen wo ich mich frage wieso weil am Ende fechten die Leute mit voller Ausrüstung dann wäre es vielleicht auch nicht schlecht mit voller Ausrüstung vorher schon zu trainieren aber wenn einem das wichtig ist kann man das natürlich Videos von tschechischen Vereinen die dich halt auch mit Ausrüstung ganz gut vermöbeln also es scheint auch irgendwie zum Ziel zu führen ganz gut muss ich sagen ja also dieser Scheinkompromiss dann machen wir halt von allem etwas das das würde ich halt so nicht stehen lassen wollen wenn ich jetzt Trainer wäre sondern da würde ich halt sagen hey überlegt euch das noch mal ein bisschen mehr im Detail vielleicht auch wirklich mal mit so hinsetzen Liste schreiben Vorteile Nachteile was sind die Artefakte sozusagen wo ist in dieser Übungsmethode das Problem was ist so ein bisschen künstlich was hier an Effekten auftritt und was ist es mir mehr wert und wie viel von was will ich eigentlich machen also ist das vielleicht mit voller Ausrüstung was was man eher in homöopathischen Mengen einsetzt oder eher das mit weniger Ausrüstung macht man einfach ein Ding durch es ist ein bisschen wie in den ganzen Folgen zur Trainingsgestaltung die wir auch schon geredet hatten also wenn du sagst am Ende hätte ich eigentlich gerne oder am Ende wollen die Leute eigentlich mit voller Ausrüstung fechten da haben irgendwie alle mehr Bock drauf als mit wenig Ausrüstung warum dann nicht auch das Training mit voller Ausrüstung gestalten klar dann wird es warm und manchen Leuten passt die Ausrüstung nicht aber das sind ja auch Sachen mit denen man umgehen kann sozusagen ja absolut also je länger du Ausrüstung tragen musst die dir nicht passt desto eher beschaffst du dir auch mal neu ja es gibt in der Informatik auch so einen Spruch wenn es nicht funktioniert mach es öfters das zwingt dich dazu eine bessere Lösung zu finden genau ich meine wir hatten das ja bei unserem Trainenseminar auch beim Schwert geflüstert Trainertreff vorne an der Dankstelle da war auch jemand dabei wo sich rausgestellt hat Jacke irgendwie kaum im Training angehabt und konnte einfach die Arme nicht heben also ja hat sich auch schnell geklärt was die dass das eine Anstrengung ist die so nicht tolerabel ist ja das war eine zu krasse Individual Constraint ja genau ja also am Ende ist es halt Geschmackssache plus was man bereit ist ein Risiko einzugehen plus was man bereit ist auch oder was man als Zielvorstellung hat das ist so ein bisschen der der Witz an der Stelle und auf der Ebene würde ich auch das formulieren wollen wenn man sich das halt für sich selber und für seine Trainingsgruppe auch durchdenkt so dieses Ganze ist das jetzt die true art oder nicht die Diskussion ja also wenn wir da mal irgendwann mehr Fakten haben können wir da gerne nochmal drüber reden aber für den Moment habe ich das Gefühl das bringt niemand was außer dass man sich in seinen Gräben verschanzt und den anderen sagt sie machen es falsch aber ja Vorteile Nachteile kann man ja auch mal ganz nüchtern davon betrachten wie sich das heutzutage im eigenen Training so auswirkt wenn ihr an diesem Thema Interesse habt und sagt da möchte ich doch gerne nochmal ein bisschen drüber diskutieren dann kommt auf den Schwertgeflüster Discord Server und macht vielleicht einen Kanal dazu auf wo es eben um dieses Thema geht und wo da heiter umher diskutiert werden kann den Link dazu findet wir auf unserer Webseite schwertgeflüster.de Discord Link ist auch immer in den Shownotes da könnt ihr fleißig dann über dieses Thema gesittet diskutieren weil du vorher das Swordfish angesprochen hast zum Thema No-Gear-Fencing das können wir ja vielleicht noch zum Abschluss der Episode erklären falls das 2013 schon gab es gab es schon den Midnight Bout ja also kurz vorneweg das Swordfish gibt es stand jetzt in dieser Form nicht mehr ich meine das letzte Mal vor der Pandemie stattgefunden es ist nicht so mega wahrscheinlich dass es in nächster Zeit nochmal wiederkommt weil eigentlich war das so ein nicht weiter erzählen machen wir jetzt aber weil das Swordfish gibt es eh nicht mehr da können wir jetzt in die vollen gehen vor allem nicht weiter erzählen also alle hunderte Leute die da waren haben das gesehen und mitgemacht und haben das zu Hause in ihren Vereinen erzählen also nicht weiter erzählen jeder jeder weiß was jeder weiß was der Fight Club ist genau Michael was der Midnight Bout Swordfish und was hat das mit No-Gear-Fencing zu tun es hat auf jeden Fall mit sehr wenig Ausrüstung also sehr wenig Kleidung sehr viel bloß fechten zu tun ich sag mal wenn du wenn du eine Unterhose anhattest war es eigentlich das ist quasi wie Harnisch fechten gewesen ja also das ist quasi Dussack fechten und ringen zumindest war das in den Jahren wo ich da war so die zwei Disziplinen die es gab bei dir auch genau also das wurde quasi gemacht Midnight baut deshalb weil es nach den Finalkämpfen stattfand also das sind ja immer Samstagabend dann die Finals gewesen die auch gelivestreamt würden und dann wenn die Kameras des Livestreams aus waren wurden die Lichter in der Halle gedämpft und auf einmal haben sich Leute während sie mit dir geredet haben angefangen auszuziehen wurde auch gedacht okay was ist denn hier so los nach seiner Fassung selig werden genau was ich in den Jahren wo ich da war auch gesehen hatte da war Team America da da war einer der Herren also schwedische Schulsporthallen haben offensichtlich eine Sauna drin das ist auch sehr spannend die ist dann einfach im Keller und da war dann auch einer von den Amerikanern unten kam dann kurz hoch um sich Nachschub an Alkohol zu holen auch so wie man das kennt mit so Mini Handtuch nur um die Hüfte was er so mit einer Hand gehalten hat und dann was hier wird Dussack gefochten ja super da ist er dabei hat er sich einen Leder Dussack geschnappt mit der linken Hand das Handtuch gehalten mit der rechten Hand Dussack gefochten hat sich ein Bier geholt und ist dann wieder runter also bloßer und no gierer wird es dann nicht mehr ja du hättest das Handtuch noch weglassen können ja weißt du wenn er jetzt Rapier gemacht hätte der zwischendurch noch Schlag nach vorne dann wieder um die Hüfte in guter alter griechischer olympischer Tradition komplett nackt gerungen eingehüllt kann jetzt irgendwie auch im Nachhinein nicht sagen dass das das Fechten der Leute so sehr verändert hätte dass sie da jetzt nachts gedussagt hätten ehrlich gesagt also Lederdusssäcke machen hart rote striemen da kann man dann am nächsten Tag freudig davon berichten sind aber auch nicht so gut geeignet jemand die Knochen zu brechen also es war ein bisschen grenzwertig teilweise aber es haben sich erstaunlich wenig Leute verletzt tatsächlich ja also so Verletzungen im Gesicht kann man sich glaube ich schon mit einem Lederdussack dann nochmal geschmeidig zuziehen gerade auch so in den Augen das wäre mir ein bisschen zu riskant aber naja gut es lief einer mit einer ordentlichen Platzwunde an mir vorbei sagen wir mal kann ich mir vorstellen ja genau also da konnte man das auch mal ausprobieren wie das denn so ist und da haben auch einige Leute sehr viel Spaß mit ihren Streamen dann gehabt das war auch das große Ding dass man Leute besonders da trifft wo man besonders schöne rote Streamen macht weil Kopf war ja auch so haben sich einige Leute nicht getraut und sich gedacht ja was passiert wenn ich das richtig treffe aber so ordentlich über den Bauch einmal drüber dass es so ordentlich schnallt da hatten die Leute schon Bock drauf die Einsteiger Variante ist ja die Poolnudel die kann man ja auch erst mal nehmen ja ja genau das also auch da obwohl das ja ein Wettkampf Event vorrangig war auch wenn es immer auch Workshops gab mit voller Ausrüstung sehr harter Gangart selbst da hat man einen Platz für das No-Gear-Fechten gefunden ja mal gucken ob wir den beim Dresdner Himacup auch finden ja hast du Leder-Dulsäcke da ne Leder-Dulsäcke haben wir nicht aber Poolnudeln können wir stellen Poolnudeln können wir stellen ja das ist doch immerhin eh die bessere Variante das für die Abendveranstaltung da haben wir auch wieder eine gesamte Kneipenetage für uns mit Außenbereich also falls da mal das ein oder andere Höschen fallen sollte und ja die Poolnudel also die Poolnudel ausgepackt werden sollte dann ja von mir aus so soll es sein ja ich glaube auch also mit einer Poolnudel blutige Kopfwunde das wird schwierig das ist keine Herausforderung ich soll es jetzt sagen was da melde ich mich jetzt auch noch mal für den Hema Cup an also Challenge Accepted Freundchen ja genau müssen wir die Poolnudel noch auf Modifikationen kontrollieren ja genau mit so einem wunderbaren harten Stahlkern so ja genau oder aufgerade außen das ist so extra Striemen macht ja ja also in diesem Sinne wenn man möchte findet man schon was ob das die Versicherungen immer so lustig finden ist dann auch eine andere Frage aber in Schweden ging das offensichtlich ja aber ich war in Schweden auch also ich hatte mich einmal tatsächlich verletzt beim Swordfish da hat es quasi dieses Hautläppchen zwischen Daumen und Zeigefinger war da angerissen und musste genäht werden ist halt auch so wenn man sozialistische Medizin hat da gehst du hin und sagst hey ich habe mir eine Auslandskrankenversicherung die guckt dich an das macht 30 Kronen Versicherungskarte brauche ich nicht das kostet immer nur so viel der Rest geht auf den Start ja okay ja in Übers-Aber das glaube ich anders gesehen ne genau da kannst ja kostet 3000 Euro und deine Auslandskrankenversicherung interessiert uns auch nicht du zahlst jetzt hier in Cash ja genau aber ich kann doch nur 2000 vom Konto erheben naja in diesem Sinne gibt es noch was zu sagen zum Fechten mit wenig und keiner und viel Ausrüstung ja kommt auf unseren Discord-Server und oder schreibt unter die die Ankündigung bei Facebook ob ihr Team Gear oder No Gear seid wie ihr das macht oder auch gerne an post at schwertgeflüster.de ich kann mich täuschen aber ich glaube Gear ist auch der Begriff für Testosteron wenn man in der Bodybuilding Szene unterwegs ist da bekommt das auch eine neue Bedeutung ich bin Team Gear und ich bin Team Gear wenn ihr versteht was ich meine so in diesem Sinne hören wir uns in voraussichtlich 14 Tagen wieder macht's gut tschüss ciao halt bitte noch nicht weglaufen ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen wenn es euch gefällt dann tut uns einen Gefallen gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster schwertgeflüster mit UE und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter